Jöö Leute, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von MyCeckLighted Lighted 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 MyCeckLighted Lighted Lighted Und wir machen weiter mit unserem Bone Hoof Bone Hoof? Muss das irgendwie auch so in die Breite oder äh da lang irgendwo? NICHT Okay Nein, eigentlich nicht Vielleicht genügend Zäune machen, dass ich eine Weile Zaun habe Warum mach ich eigentlich Zäune und bau nicht einfach die Miene unten ab? ich weiß nicht weiß 6 Zäune weil wir genug Holz haben ja stimmt auch wieder auch fallen durchstechend bis Gott der Baumeister hier in dem Projekt baue ihre Kabel boah alter sieht das geil aus oh alter ja ich hab's in der Hand drin ja warte mach mal Holz hier mach mal Eichenholz also Bretter was er auch in deinem Inventar einfach doch einfach oben rein exakt ich bin einfach weißt du als Strafe es stimmt nur das gibt der ganz gefährliche Holzbomarang alter alter er ist nervig aber gefährlich ist er nicht nein der tötet mich nicht fast zu sagen alter Junge ich hab noch drei vier Herzen echt jetzt? das ist doch ein Holzbomarang dass der schlechteste Dienst gibt naja ich wurde auch vom Fallschaden am gedamaged ja ok ich hab ihn mal ein bisschen runtergeschossen warte warte ich probier's noch mal so so jetzt hab ich ihn vor mir gegen die Wand geschossen so und jetzt bist du dran so oh nee warte 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 oh was der hinter dir ja musst du ihn einstern wenn und mich abschießen das ist ein lustiges Spielchen aber pass auf ich snipe zurück nein Hallo nein so Markus jetzt komm mal Hallo? Au! Hallo? Könntest du damit aufhören? Du hast verschossen, ne? Au! 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 Du hast doch nichts getroffen! Alter, du musst einfach nur dreimal gehen! Oder so mal zurück! Moment! Ja! Wie gesagt, ich... dich... ich treff dich... oh! Au! 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 Steckt da dein... oh, ich wollte dich grad abschießen! Darf ich dich mal abschießen? Nein, nein, ich tritt! Markus, komm mal rüber jetzt! Jetzt genau, jetzt hilf mir bitte Foodor, der kriegt das ohne dich nicht auf die Reihe! Ne, der braucht meine... Rad! Deine Rad! Meine Rad, ey! Brauchst du deine Rad nicht selber? Ja, manchmal schon! Bäh! 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 Ja, was bäh! Du! Ja, das sowieso! Alles klar! Herr Kommissar! Du! Ja, das sowieso! Alles klar! Das war ich den Gänzern! Du wirst mir rüberkommen! Nein! Ey! Ey! Ein Profi-Falter! Friss den! Oh! Was? Hast du das getroffen? Friss ihn! Was? Oh! Er trifft er! Oh! Schau da! Wuhuu! Au! Ich glaube, er hat einen Diamondbomb gemacht! Ja! Da war es ein bisschen... Ja! Damage! Ja! Das passt jetzt immer zu! Oh! Aber schön zaubern! Ich bin grad in Metall! Ich weiß! Ich weiß! Es ist nicht in Metall sondern in Terminal! Oh! Wie lange musst du jetzt aufnehmen? Äh, bis... Warte! Soll ich anfangen? Ja! 58 ungefähr! Ungefähr! Jaja! Ungefähr! Und... Nein! Soll ich mal killern? Soll ich mal killern? Soll ich mal killern? Soll ich mal killern? Und ich muss jetzt noch ein Stromkabel denn? Ich hab' kein Bock mehr Kabel zu legen grad! Du hast gesagt! Du hast gesagt! Hättest du am Anfang nicht gemacht? Dann hättest du nicht die Arschkarte jetzt! Genau! Hättest du nicht am Anfang dafür gesorgt, dass wir ein Existenzminimum haben? Dann müsstest du jetzt nicht arbeiten! Ganz genau! Wenn es das für die Technik machen soll! Soll! 1000 Blöcke setzen... Ruhig so auch, Foto! Keine Sorge! Nur ich muss ihn nach System setzen! Nicht einfach so überall im Block, sondern ich muss meine gezielt setzen und sortiert! Aber ich muss jetzt die zweite Ebene pflastern! Gleich, Foto! Gleich! Gleich wird's getötet und dann bist du alleine am Ende! Alles! Alles! Oh nö! Jetzt hab' ich wieder mein Essen ins System geworfen! Oh, ich war grad kurz AFK! Am TS zumindest! Ja, warum? Ich hab' mich verklickt und hab' mich auf AFK gestellt! Warum baust du Treppen über mir ab? Weil ich das machen muss! Halt, was mach' ich denn! Wurde auf einmal von Treppen angegriffen! Gib ich die Treppen bitte noch? Ja, die brauch' ich noch! Ja, die brauch' ich noch! Ja, schön! Total schön! Wurde ich mir nur runtergefallen! Hier ist noch eine! Wappata, wappata, wappata! Hier für dich, Treppe! So! Die Dinger Strom haben, oder? Ja, sie laufen! Die Emerald Upgrades sind auch drinnen! Nein! So, jetzt müssen wir einfach mal gucken, was passiert! Ähm... Bone... Aua! Der muss aufbauen! Boah, das war ein Ninja-Angriff! So, jetzt Bachbauen! Der Laser ist im System! Äh, im... ... zum Aufrufladen! Däh! Ich brauch' Steine! Ah, wir haben ja noch 258 Birkenholz-Treppen! Oh, Pflastersteine gehen mal runter! Wir haben nur noch 16.000 Stück! Wo wir schon seit einer Stunde lang die Dinger zerschreddern lassen! ... Wie viel Scheiß mehr wir haben! Okay! wer lief da gerade im haus rum weiß nicht warum ich habe einen schatten im fenster gesehen steine gebraucht ich hab mal wieder 600 steine geholt ich würde ihn bevor er in ordnung geht wieder mal er hat es gelungen markus würde ich sagen was das hier von dir ist immer gelungen nicht sehr wohl wenn es oh bin ich hier schon eingehört nein ich glaube die farm oben funktioniert jetzt auch wir werden sehen wenn da oben bald alles voll ist nicht mehr ausgewachsen ist dann funktioniert es wir gehen nur mal halb steps bei der tippe Prozent Arno Prozent Prozent der Gäste nie doch damit gibt es auch ich habe wenn M doch mach ich jetzt jetzt müsste die Fahndermop funktionieren kannst du es wenn die riesigen Angriff nehmen dass ich so echt nur auffahmbaren ich habe aber nicht keinen Bostocker mach was anderes ich weiß nicht so wie ein Fahndermop-Fotor wohl nicht, kann man auch gebrauchen Gut, dann brauche ich jetzt eine Mop-Farm. Haben wir ja schon angefangen, muss ich nur noch fertig machen. Wird das jetzt nicht angefangen, dann muss ich da haben. Ich habe einen Kasten gebaut mit Lichtern. Und einen Farmer haben wir ja drin. Boah, aber einen Crinder, wenn der einen Farmer bringt, den nicht. Ja, einen Crinder von mir aus. So, fahren wir denn? Wie macht man so fahren? Wie fahren? Kann aber nicht. Aber auch noch nicht. Nein. Boah, das soll das schneller machen, das Update. Das Update. Der von DMS will ein Update für TechEd machen dieses Jahr. Also die Sachen, die geladen wurden, sind alle drinnen. Ja, zum System. Also Futter, soll ich dir jetzt ein Kabel drüberlegen, oder was? Wie viel brauchen wir davon? Ich weiß nicht, so viele wie es Blöcke sind. Es sind 160 Meter. Ja, dann sind es 160 Blöcke. Was, wir sind 36... Wenn nicht sogar noch mehr. Dein Glaswasser. Ich weiß nicht, ob das ist Maya-Temper. Ich will aber... Japan ist gleich daneben. Oh, hier ist ein Slime. Ach, wirklich. Da hab ich kein Damage drüber. Mach doch Tesserakt und baue hier eine Bridge auf. Aber wenn du das ME-System willst, dann brauche ich trotzdem ein Kabel hier rüber. Und dann kann ich gleich beide Kabel hier rüberlegen. Wenn ich über das Tablet mache, dann brauchst du hier nur einen Wireless-Verstärker. Nein! Du brauchst, um so einen Wireless-Verstärker zu haben, brauchst ein Kabel. Wie oft jetzt noch? Du brauchst einen Wireless-Verstärker, ein Kabel. Das verstehe ich nicht. Was machst du denn mit deinem WLAN-Router? Ist da ein Kabel angeschlossen? Ein Stromkabel, ja. Und an ein Netzwerkkabel wahrscheinlich, ne? Nö. Weil irgendwie kriegst du ja dein Internet auch... Durch das WLAN-Kabel. Ja genau. Durch ein LAN-Kabel. Durch das WLAN-Kabel. Es gibt kein WLAN-Kabel. Und genau das braucht auch unser Router hier. Er braucht ein Kabel zum Haupt-Server. Und er kann dann die Daten vom Haupt-Server über die Luft übertragen. Das kacke. Und wie machst du die Verstärker? Kann er ungefähr 40 Blöcke weit übertragen und nicht weiter. Ah ja, dann machst du zwei, drei Verstärker dazwischen. Dann brauchst du kein Kabel dafür. Dann brauchst du nur drei oder vier Verstärker rüberlegen durch das Gebiet. Ein Router. Stopp, ich erkläre es dir nochmal. Ein Router. Muss an ein Kabel angeschlossen sein. Ja. Dieser Router kann mithilfe von Verstärkern die Reichweite erhöht werden. Achso. Das ist kacke. Das heißt, wenn du hier Zugriff auf das M-E-System haben willst, führt kein Weg dran vorbei, ein Kabel hier rüber zu ziehen. Das ist aber kacke. Ach, sie ist so weit weg. Wie findest du denn das eigentlich so bisher? Ganz schick. Nur elendig mühselig, die ganzen Blöcke hier oben dran. Das ist nur die zweite Etage, es kommen noch drei. Ich weiß gar nicht, was ich da alles reinstecken soll. Tja. Kreativität. Mach einfach YouTube und dann Deko Minecraft und dann findest du 20.000 Videos. Ja, ich hab mindestens 50, 80 Räume, bis ich hier fertig bin. Ja. Meist. Kannst du das Sauna machen, kannst du Saloon machen, kannst Birei machen. Alter, weißt du, wie lange ich dafür brauch, um das hier alles zu dekupieren? Kann ich das machen? Das brauchst du halt eine Zeit bauen, ne? Ja. Ich glaub, nach dem Stockwerk machen wir mal ein Gemeinschaftsprojekt wieder. Ne. Was macht ihr dann so lang? Ich mach ne Wille. Okay. Ich soll ne Mobfarm bauen. Ah, willst du? Soll, hast du gesagt? Geht nochmal ein Schalter. Geht pinnt. Schalter, einfach... War's ein Hebel oder ein Knopf? Hebel. Hebel ist Cobblestone und drauf ein Stick. Du, du, für was brauchst du da drüben eigentlich Strom an deinem Ding? Für gar nix. Für Licht. Ey, was für ein Licht funktioniert denn mit Strom? Also, Kapitän und Stock. Dann ist ja noch kein Licht gebaut, was mit Strom funktioniert. Ah. Funktioniert, Markus? Ja, ja, halt's mit mir. Wir haben ne falsche Gelegenheit, aber oben steigen. Jetzt halt unten. Naja, mal abwarten. Warum können wir immer noch herlegen? Brauchen wir jetzt ja nicht machen, jetzt. Und weh, dann wird's eh über ne Energiebridge umgewandelt und wieder zurückgewandelt. Nach dem System mal wieder ein bisschen Strom. Ja, ja. Wie viel haben wir denn? Warten wir. Äh, Markus? Ja. Wolk ist rum. Zeug, fünf Minuten. Ich mach das nur kurz fertig. Okay. Achso. Ich weiß, dass ich hier grad 20 Minuten überziehe. 20 Minuten, naja. Nein, vielleicht seit 20 Minuten bin. Warte, 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 warte. Ich guck mal. Wann haben wir gesagt, musst du aufhören? Ach, 25. 20 Minuten, naja, haben wir vier Minuten drünger ungefähr. Unser Farm scheint zu funktionieren. Ja, es steht bei, wir haben schon richtig viele Schweinealter. Ey, Sven, wie wär's, wenn wir Getreide in den Recycler jagen? Die Treide wächst so langsam. Ja, wie so, wenn du jetzt ewig viel produzieren lässt? Was steht denn bei eigentlich Elektrokästen? Ja, dann mach Ding noch dazu, äh, einer mit, äh, Skeletten. Ja, dann brauch ich erstmal einen Skelettsparner. Mädels. Was denn? Man steht bei diesen Elektrodingern drauf immer. Deine Mutter. Elektrodingern? Ja, Elektrokästen. High voltage. Don't touch this. Ah, hm. Ich bin da drinnen und bin ich gestorben. Ich glaube, wenn du Blätter scherst und die hier rein tust, hat den höchsten Wert. Denkst du? Aber der Baumfang, die Blätter scheren lässt. So, dann darf ich sagen. Das haben wir gerade schon wieder. Wir bitten die Folge knapp 1000 Saplings, guter Grad. Und ich sage euch dann... Du lösst. Du lösst. Reichen 1000 Saplings erstmal? Bis zum nächsten Mal.